Netatmo hat auf der CES am Stand eine Art totale Überwachung für daheim. Netatmo, welcome! Das neueste Produkt von Hersteller Netatmo ist Welcome, eine Kamera, die genau erkennt, wer vor die Linse tritt. Eine 170 Grad Linse filmt idealerweise den Eingang vom Haus und zeichnet alle möglichen Bewegungen auf. Erkennt die Kamera die Person, sind zahlreiche Einstellungen problemlos machbar. Kommt das Kind nach Hause, erhält Papa eine Nachricht auf das Smartphone. Betritt jemand Unbekanntes das Haus? Ebenso. Möchte Papa aber nicht, dass er aufgezeichnet wird, wenn er das Haus betritt, kann er es einfach sperren. Die Erkennung könnte zu Anfang noch ein wenig holprig sein. Das liegt daran, dass Welcome mit der Zeit immer mehr Facetten einer Person lernt und so erst im Verlauf der Nutzung wirklich zuverlässig arbeitet. Der Preis ist aktuell noch unbekannt. Die Kamera soll in der zweiten Jahreshälfte erscheinen. Angenommen, ich bin daran interessiert, wer bei mir zu Hause alles reinkommt und wann und wie lange und was der oder diejenige gemacht hat, dann ist Netatmo Welcome wirklich ein interessantes Produkt, was es so noch nicht gegeben hat. Hinter mir sieht man das. Man kann sich alles angucken, was die Kamera gerade zeigt. Sowohl Aufnahmen als auch eben Live-Bilder. Für denjenigen, der ein bisschen mehr Sicherheit für zu Hause haben möchte, sicherlich ein interessantes Produkt.